Ich fasse mal schnell zusammen. Also angeblich ist ein Content-ID-Anspruch hier, weswegen ich auch wieder nur bis zu 15 Minuten hochladen kann. Jedoch kann ich ihn nirgendwo nachsehen und er existiert an sich auch nicht wirklich. Ich bin noch nicht der Einzige, bei dem das vorkommt. Also der Einzige, das meine ich. Soll wohl eher wieder mal ein YouTube-Bug sein, aber es ist ein echt gemeiner Bug, weil er dafür sorgt, dass ich keine Videos hochladen kann. Ich habe schon probiert und über 15 Minuten Videos lehnt er ab. Alles, was ich jetzt auf Vorrat habe, geht über 15 Minuten. Deswegen werde ich es nicht hochladen können. Das heißt, ich werde so lange keine Videos mehr hochladen, bis das jetzt wieder weg ist. Ganz einfach. Und wenn das gar nicht vorkommen sollte, dann muss ich mir irgendeine alternative Lösung überlegen. Aber einfach so Videos kürzer schneiden oder so, das will ich auf keinen Fall in Anspruch nehmen. Naja, ich glaube, damit wäre alles gesagt.